So, was wollte ich noch machen? Kabel, ein bisschen Holz. Ach scheiße, jetzt muss ich gleich sowieso nochmal pennen. Ich habe gerade mein Bett abgerissen. Das war jetzt nicht gerade die schlauste Aktion. So. Ja, brauche ich die eigentlich noch? Ja, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, brauche ich noch. Oder eigentlich nicht, ne? Warte mal, hier kommt gleich eins, zwei, drei, vier, fünf. Wenn ich hier eine Wand mehr, dann ist das zu eng. Gut. Hallo? Ähm, so, da ist mein Handy, ja. Äh, ich habe die erst gefunden. Sehr schön. Aber so knapp über Lava, dass ich mich gerade nicht traue. Ach. No risk, no fun. Die letzte Reihe habe ich noch genug. Ich wollte gerade sagen, jetzt sagt mir nicht ein einziger fehlt mir. So, wie schließe ich die Ecken jetzt ab? Wie viele Steine habe ich? 60, 60. Ich kann etwas Wasser, krieg mir. Wie mache ich das jetzt hier? Ich habe noch gar keine Ahnung. Hier bitte einmal Wasser ausschütten. Ah, wie konzentriert beide gerade am Spielen sind, ne? Keiner redet. Oh, Redstone. Oh, ich werde gerade feucht. Was? Ich habe Redstone und Dias, Alter. Ja, und jetzt ist die Windel durch. Spätestens ab der Stelle. Obwohl Dias... Ist der Erfolg? Ja, ich sehe es gerade. Es ist doch meist so, der erste Indikator, du bist gleich tot. Irgendwie, ne? Der Diamanten ist doch so... So der erste Anreiz, getötet zu werden. Wir handhaben das. Wir handhaben das ohne Diebschall, oder? Ja, sowieso. Also nicht, dass ich jetzt doch sagen muss, ich muss meine Dias jetzt verstecken, damit du... Wenn wir dich klauen. Das machen wir nicht. Das wäre blödsinnig. Ja, komm. Ja, noch ein Erfolg. Das wäre blödsinn zu klauen. Das geht genau bis zum Ende von der... Das heißt, warte... Hier hinten... Müssten auch Steine hin. Die ich natürlich gleich nicht mehr habe. Oh, passt genau für die Ecke. Kriegt ja noch Holz. Das Hölzer, na ja. Kriegt er mit der Doppelkiste? Ja. Passt aber genau. Was ist das denn? Ach, die Jurid? Ja, stimmt. Das war ja genauso überflüssig. Korrekt. Scheiße. Sollte mal eben was essen. Mein letztes... Ach, ich kann da ja noch beraten. Ich habe sogar noch eine Tür. Wo baue ich die denn hin? Hier hin? Kann man machen, muss man aber nicht, ne? Ja, toll, Eisen. Das hört sich jetzt irgendwie so negativ an. Ja, ja, toll, Eisen. Komm ich jetzt hier raus? Der Eisen ist für mich schon keine Seltenheiten mehr. Für mich immer noch. Ich habe noch nicht so viel jetzt. Ich bin jetzt gerade dabei, das erste Mal Redstone abzubauen, dir unten so ein bisschen was. Aber ich bin noch mehr am Ohr. Alter, hier muss aber aufpassen. Der Redstone droppt aber gar nicht so viel. Ich habe das mehr in Erinnerung. Ne, Redstone ist eigentlich nie viel gewesen. Also 32 habe ich jetzt durch mehrere Blöcke. Ja. Ich meine, das war nie wirklich viel, aber es ist auch nicht schlimm. So, da unten war ich. Und so, dann machen wir hier so eine Art Treppe. Warte mal, habe ich nicht noch Stufen? So, ne? Und dann bauen wir das hier oben zu. Jedenfalls so ein Stück. Schön, dass ich meine harte erarbeiteten Steine schon wieder so verschwende. Ne, ich bin auch gerade, äh, was wollte ich dann anfangen? Ich bin auch gerade nicht so wirklich auf Versuche. Weil ich bin mir auch verjagt nach Stein, dass ich erstmal meine Behausung, da so meine Notbehausung fertig kriege. Das wäre eigentlich schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, glaube ich. Weil eine Notbehausung steht ja im Endeffekt. Da kann mich jetzt nichts drin töten, außer eine Spinne. Obwohl, stimmt gar nicht. Eine Notbehausung, würde ich sagen, wird es eigentlich gar nicht. Sondern es ist schon so ein kleiner Plan, den ich gerade verfolge. Ja, daher. Weil die Notbehausung steht und das Haus daraus wird dann später folgen. Ne, ich habe einen Keller, da kommt gleich ein Haus drüber. Ich fange quasi von unten nach oben anzubauen. Ah ja, ich habe erst eine Notbehausung. Also wirklich nur Wände, damit mich nichts angreifen kann. Ganz bohnt das im Haus. Hat es ja nächstes Jahr ausgeleuchtet. Ne, meinst du auch gleich doch? Ja, ich glaube nicht, dass meint schon richtig oder ausreichend ausgeleuchtet ist. Ne, wie gesagt, mit dem Haus habe ich tatsächlich mal einen Plan im Gegensatz zum alten Let's Play, wo ich einfach drauf losgeballert habe. Ist das einigermaßen durchdacht. Aber gucken, was danach kommt. Auf jeden Fall werde ich jetzt die ersten 100 Folgen hier nur Steine abbauen. Oder 200 vielleicht. Vor allem, das sieht so ein bisschen aus, was ich hier gerade mache, wie Strip-Mining. Vielleicht kriege ich hier auch noch zufällig ein paar Räume dran. Das ist sehr cool. Dann die Oberfläche zurück. Habe ich noch eine Stufe? Ja. Ach, geschafft. Plupp, plupp. Oder ich baue mir alles tatsächlich unterirdisch. Das wäre auch ein bisschen doof, ne? Obwohl doch, man könnte hier unten ausgeprägt abbauen. Ich höre ein Skelett. Ja, das krepiert irgendwo. Nächste Spitzhacke kaputt. So, meine letzte. Alter, wer guckt sich das an? Hier nur Steine wegschlagen. So. Damit hätte ich schon mal Diamantenspitzkacke. Echt? Cool. Ich wäre da viel zu geistig für, wenn ich Diamanten finde. Würde ich die einfach in die Kiste packen und würdest du da immer drin lassen. Ne, ich wäre gleich nicht netter. So, ich glaube Steine habe ich jetzt erstmal genommen. Äh, kannst du schlafen gehen? Das wird nämlich gerade dumm. Also, könntest du schlafen? Ja, ich bin, passt gerade. Ich bin auf dem Weg zum Bett. Warte mal, ich muss mir nur einen neuen Schlafplatz suchen. Wobei ich bin eigentlich da. Ich stelle das erstmal hier hin. Ja, stelle hin. So, ich liege. Ah, ich bin gerade dabei, ob sie den Block haben zu wollen. So, okay, Moment, ich lege mich hin. Ah, siehst du sogar, dass ich ob sie den abgebaut habe. Eisbacke Challenge. Jo, ich sehe es gerade. So, machen wir erstmal hier hinten dicht. Einzige, was ich hier in meinem Keller falsch gemacht habe, ich habe die Höhe falsch eingeschätzt. Ich hätte eigentlich noch einen hochgehen müssen. Oder? Ja. Obwohl, das wird hinterher sowieso Holzboden werden. So, zehn Jahre später. Der erste Raum ist fertig. Und sieht gar nicht mal. Warte mal. Kann man das eigentlich, dass man hier so und so und so und so und dann so. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Hm. Ah, warte, ich mache das alles. So, dann kommt der hier rein. Der kommt noch da, der kommt weg. Der kommt davor und dann kommt der noch da. Ja, sieht jetzt gar nicht mal so scheiße aus. Ich hoffe nur, wenn man die, äh, Dingens in die Wand setzt, hier die Fackeln, dass der Raum trotzdem hell genug ist. Das nehmen wir hier raus. Hier ist keiner. Hier machen wir eine Fertigung hin. Das wollen wir auch nicht so groß machen. Huch. Nee, das machen wir mit normalen Steinen. Meine Tür ist weg, wollte ich gerade sagen. Also, wenn dir schon die Tür wegläuft. Ja, ja. Wie würdest du denn deine Zuschauer dann unterhalten? Ist abgehauen schon. Wollte nicht mehr. Konnte sich das Elend nicht mehr angucken. Hä, ich habe schon wieder Ideen, Ideen, Ideen. Aber ich weiß nicht, wie ich es bewerkstelligen soll. Die Wand erstmal ein, verziehen hier. Also, nochmal der Hinweis, äh, falls ich es bei mir auf YouTube hochlade, für alle, die Franks nicht sehen wollen, was er so macht, äh, in der Videobeschreibung ist dein Kanal. Ja, ich werde Curry auch mal verlinken. Habe ich das eigentlich noch nicht gedacht? Das habe ich doch gemacht, oder? Nee, oder? Weiß ich gar nicht. Habe ich dich verlinkt? Ich weiß es nicht, ob ich bei Dingens schon verlinkt war bei dir. Weiß ich nicht. Muss ich gleich mal gucken. Gucken wir mal. Na ja, mal. So, guck mal hier. Das Blöde ist natürlich, hier könnte ich jetzt eine Steindecke drunter ziehen. Wohl, das heißt blöd, ist eigentlich cool, aber... Würde jetzt zu dem anderen Raum nicht mehr passen. Aber da kommt der hinterher ein Holz, da. Ah, ja, da kommt der das Haus drüber. Fange ich in der Aufnahme-Session eigentlich schon mit meinem Haus an? Obwohl ich eigentlich erst mal rum... Jetzt habe ich Kies abge... Ach, ich habe einen Feuerstein gekriegt. Ich habe einen Flintstone. Wohl der Boden hier, dieses ist das Granit. Diorit, auch nicht schlecht aussieht als Fußboden. Oder weiß ich nicht, ob ich hier von genug bekomme. Ich werde gleich nach der Folge sowieso erstmal eine fünfminütige Aufnahmepause machen. Und schon wieder Kohle. Ach komm, die lasse ich diesmal liegen. Ist egal. So viel mittlerweile. Es wird hier schon eintönig. Also was ich im Moment viel finde, ist Diorit und Granit. Mein Beileid. Ja, echt viel davon. Es ist echt gruselig langsam. Mein gut, mit dem Granit kann man... Der Boden, der sieht richtig klasse aus damit. Das gefällt mir wirklich. Achso, ich sollte erstmal die Workbench irgendwo einbauen, ne? Ne, Quatsch, die mache ich hier drin. Huch. Ne, der, wie gesagt, als Fußboden macht der sich richtig gut. Als Wand könnte ich mir das jetzt weniger vorstellen. Oder mache ich die? Ne, warte mal. Mache ich die? Mache ich die? Hier wird das. Mache ich die? Wie mache ich die denn jetzt hin? Da hier erstmal. Wo ist der Ofen? Wann das Texturenpaket? Muss man sich erstmal gewöhnen, wie das alles aussieht hier. Ich habe natürlich kein Holz mehr. Ne, warte, ich glaube, das habe ich hier. Hier reingepackt. Ich habe kein Holz mehr. Scheiße, ist das noch... Wird das dunkel oder habe ich noch Zeit? Ne, ich habe noch Zeit. Keine Ahnung, gerade die Sonne ist. Na, hier am Nordzeit. Ah, die steht ganz oben. Alles gut. Ob das hat ein Vergegen. Aua. Ach, bei mir ist ein Esel. Hier ist auch Kies. Was? Ja. Frest du erstmal eine Runde? Ich? Nein, du doch nicht. Ich wollte gerade sagen, weil ich... Ich sage gerade, hier steht ein Esel. Ja, aber ich habe gerade gefressen. In dem Moment sagst du ja, fress du erstmal eine Runde. Was? Nein. Falsch geil. Ja, weil ich es gerade... Wäre jetzt passend gewesen. Aber nee, ich habe hier einen Esel stehen. Der fing gerade an zu fressen in dem Moment. Kennt ihr euch vielleicht? Ja. Der heißt Schrank. Ach, der heißt... Ja, ach so, Curry. Was ist das, Doc? Boah, ich muss halt noch ein bisschen warten, dass hier nicht so viele Setzlinge mal abhandeln kommen. Jetzt habe ich bald hier gar keine Bäume mehr. Oh, die klatschen wir auch weg. Ich hätte nämlich ganz gerne hier so einen Eichenwal, so einen Birkenwald. Ich finde Birke zum Bauen für Häuser immer noch am besten. Also sieht immer noch mit am geilsten aus. Hä, wieso kommt denn da jetzt... Hä? Wie kommt denn das Holzdingen jetzt hier ins Wasser? Kann man eigentlich Apfelbäume auch ohne Mods machen? Geht das? Wie ist ein Apfelbäume? Ja, ich weiß nicht beim... Wo war das denn? Da konntest du einen Setzling nehmen, hast einen Apfel dazu geknallt und dann hast du einen Apfelbaum gehabt? Ach so, sowas? Nein, die Bäume gibt es offiziell nicht. Ach, ist ja doof. Man geht es aber mal zweit, ne? Ach, ist ja doof. Schade, schade, schade. Hat mir jetzt echt gefallen. Das hat das Ding eingesammelt. Oder wir bauen uns hier auch noch so einen Weg rum. Ah, wir haben uns über die Berge, ne? Ich glaube, wieder doof. Wenn man nach genug Kies hat, kann man sich auf jeden Fall schon mal so einen kleinen Kiesweg überlegen. Alter, hier ist richtig viel Kies. Also bei mir auch war es relativ viel Kies. Ist nur die Frage, wie tief. Aber ich möchte die Schweine hier nicht ewig töten. Ich brauche, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Vegan-Mod. Kannst du da was anbauen? Ja, dass du da mehr anzubauen hast. Brauche ich nicht wirklich, weil ich kann ja aus dem Scheiß auch noch was kochen. Mhm. So. Jetzt haben wir erstmal Holz. Was wollen wir hier unten? Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich wollte erstmal nebenan abbauen. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Steine. Ja, doch, die brauchen wir gleich eventuell. Doch, die brauchen wir auf jeden Fall. Ich sollte da noch Fackeln hier hinmachen. Ne, warte mal. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Geht das? Geht das auf? Ne, warte mal. Ich lasse mal 2 dazwischen. Ja, ist mir egal jetzt. Ah, da kommt ja... Ne, die ist fertig. Okay, bin grad zu blöd dafür, egal. Projekt abbrechen, später versuchen. Zehn Projekte offen. Aha, ich mach mal weiter. Ja, ich wollte nicht Cubbles zur Enfarm machen, aber ich bin grad zu blöd dafür. Schon lange keine mehr gebaut. Ich glaub, ich hab die noch nie gemacht. Boah, ich hab mal wieder irgendwie Bock, so ne Monsterfalle zu bauen. Da hätt ich mal gerne Lust drauf. 1, 2, so. So, bist du oberödisch oder unterödisch? Ich bin schon wieder unten erstmal. Okay, weil es wird grad dunkel. Na, ich kann aber auch gleich runtergehen und gucken. Ne, meine Kohle ist in der Ballade da. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen am Ausbauen hier. Ja, das ist jetzt superintelligent, weil ich auch so viele Steine mit hab. Ach, deshalb setzt er die. Ich sollte den mal da hinten rausnehmen. Ja, mir gefällt so langsam. Ist das nur Doppel? Kann man Doppelwände? Ne, ich weiß nicht. Ja, man, ich mach das hier so. Ist egal jetzt. Das sieht natürlich doof aus. So, ich leg mich da mal hin, ne? So, ja, kann ich machen. Ja. Ach so, ich wollte mir immer noch ne Spitzsacke machen. Zu diesem Zweck ich erstmal Steine brauche. Ich mach das mal sofort fünf. So, und weiter geht's. Ich hab schon lange keine Steine mehr weggeholzt. Ich glaub ich krieg, ups, ich glaub ich krieg gerade wieder Fußboden. Bin ich eigentlich zu leise bei dir, weil ich merke gerade, ich rutsche immer weiter vom Mikro weg. Also ich hör dich relativ gut, solange ich dich laut, dass meine Musik höre ist, glaub ich alles in Ordnung. Ah, ja, mir ist gerade erstmal aufgefallen, dass ich gerade so ein bisschen vom Mikro weggerutscht bin. Wenn wir mal bei mir ne Aufnahme gucken. Nein, nimm den erstmal. Arschloch. Und du wolltest einer auch einen auf die Fresse? Na ja, ein paar Skletting, ein paar auf die Fresse wollen. Bei allem ist dann mal, wenn das hier unten fertig ist, der eine Raum, dann gehe ich erstmal zu dir rüber. Und ich glaub, die Folge wird ein paar Minuten länger als normal. Könnte passieren jetzt, weil ich will eben den Granit hier noch haben, den Fußboden eben legen, aber der Raum ist nicht groß. Es gibt mehr so einen Tunnel, wird das, oder wie so ein kleiner Durchgang. Dafür entsteht hier schon wieder ein neuer Raum. Was ist das hier eigentlich? Was ist das? Wow. Ich hatte echt Eisen genau vor meiner Hütte. Nee, ne? Ich hätte nicht mal runtergemusst. Ja, das ist ja nice. Ach, Quatsch. Jetzt baue ich mal einen eigenen Fußboden hier ab. So weit ist er schon gekommen. So, hier ziehen wir nicht Kohle. Ach, komm ich nenne die Kohle noch mit, ist egal. Also Kohle, das ist so übertrieben viel, was man hier findet. Du kannst ja 20 Etagen abbauen schon. Kann man Kohle eigentlich stacken? 64. Ja, nee, Quatsch, dass du Kohleblöcke machst, geht gar nicht, ne? Ging das? Ich weiß nicht, ob das hier schon ging, oder ob das offiziell ist, Kohleblöcke? Du kannst ja Eisen. Ach, nee, Quatsch. Nee, ich glaub, das geht nicht. Doch, geht. Ja, geht. Block of Kohle ist möglich, ja. Naja, das ist doch geil. Spaß, du doch ein bisschen Platz, wenigstens. Sehe ich das richtig? Hier habe ich hier schon wieder. Ich habe schon wieder Granit gefunden, also ich will es doch noch ein bisschen länger mit dem Abbauen. und Eisen. Und Zombies. Neue Rezepte. Goldapfel. Und was? Ach ja, stimmt. Nein, ich habe ja schon Gold gehabt. Na, das ist das einzige, was ich, glaube ich, noch nicht habe. Gold, aber ich weiß nicht, ob man das umbezieht. Du hast schon Dias? Ich habe keine Dias. Er hat doch gerade gesagt, das wäre das einzige, was du noch nicht hast. Stimmt, Dias. Ach, Dias. Wir brauchen schon Dias. Wir brauchen schon Diamanten. Schnöde Mammon. So. Ich meine, den müsstest du nicht gerade auch weglegen. Allerdings könnte ich gebrauchen. Ich hoffe, dass die Musik bei mir und alles nicht zu laut ist. Oh, ich hätte es echt vorher ausprobieren sollen. Das hättest du. Ja, aber nicht mit der Musikkombination. Nur, dass man mal ein zartes Stimmchen hört. Ihr müsst verstehen, er hat sich um knapp eine Stunde verspätet, weil er noch ein paar Sachen aussetzen musste. Hallöchen, Cipid. Guten Abend. Sind beide sehr leise. Na ja, wir reden... Mach mal dein Hörgerät an. Ich kann mich einfach mal ein bisschen lauter drehen, so ist es nicht. Ich sage ja, ich rede auch sehr leise gerade. Also ich höre nicht lauter als meine Musik. Somit dürfte man dich bei mir hören. Ist natürlich die Frage, wie es halt in Kombination aussieht. Ja, schau mal nachher. Also ich muss mir das... Guck mir das hinterher mal an, dann. Mir fehlt echt hier das ganze... Schäder fehlen mir auch. Ach, das ist so traurig. Wenn wir meine Schäder wieder haben. Das ist so traurig alles heute. Ey, ich habe schon wieder Granit. Das gibt es doch gar nicht. Ich kann mir ein ganzes Haus damit bauen. Ich finde es halt total hässlich. Also für die Leute, die nicht wissen, was er meint, das hier ist Granit. Musst du dir das Fußboden angucken? Als Fußboden sieht das... Ja, du hast auch ein anderes Texture-Pack-Arts. Ja, ja, daher sage ich ja. Also Granit sieht halt... Ja? Bei mir sieht es halt etwas besser aus als im normalen Minecraft, aber halt immer noch scheiße. Ja, bei mir sieht es komplett geil aus. Eigentlich suche ich was anderes, aber okay. Ich nehme auch Eisen. Ja, ich nehme auch Granit. Ich weiß auch gar nicht, warum so viel davon hier drunter schon wieder... Okay, gleich lasse ich es einfach liegen. Ich habe keinen Bock mehr darauf. So, komm mal. Hä? Achso, ist mein Durchgang. So, das reicht. Kommen denn einem, die beiden nehmen wir noch mit. Komme ich gar nicht mehr dran, oder? Hallo? Hallo? Bin da nicht dran. So, das lasse ich erstmal ausgeleuchtet hier. Sonst habe ich hier gleich so eine Zombie-Epidemie hinter. Oh, Röpster. Kohle lasse ich jetzt auch hier drin. Ich habe schon viel zu viel. Ja, wo kann man eigentlich zu viel Kohle haben? Wir sprechen uns, sobald du 20 Kisten vorderst. Ja. Das könnte sogar sehr schnell passieren. Das ist ja das Ironische. Ja, vor allem, wenn du dann später auch die Verzauberung mit Glück oder so hast. Was, Glück? Ich meine, Glück ist das, dass du mehr rauskriegst, ne? Genau. Es gibt das Silky-Touch, damit du die Dinger nicht kaputt machst und dann noch das Gegenteil davon, damit du halt mehr rauskriegst, wenn du es kaputt machst. Was ja eigentlich wichtig für DIA ist, damit du mehr DIAs rausbekommst. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen tun hier. So, hier ziehe ich mal eine Wand hin. Soll ja einigermaßen nach was aussehen. Hm, wenn jetzt der Boden hinkommt, da brauche ich auch gar nicht so viele Steine. Ich suche gerade den Ort, wo ich die ganzen DIAs abgebaut habe. Das kann ich dir nicht sagen. Nee, und... Oh, nein. CP, bei dir alles frisch? Haben wir noch gar nicht gefragt. Wir sind ein bisschen unhöflich heute, ne? Also wir. Wo sind wir das nicht eigentlich immer? War das hier? Ich glaube, hier war es. Ich gehe jetzt nach... Ach, da brauche ich Treppen zuerst. Ich brauche Treppen. Ich habe auch keine Steine mehr. Was soll das denn jetzt? Alter, hab ich mich jetzt... Bist du behindert, oder was? Wo kommt ihr denn her? Hallo, ich bin gleich tot. Alter, wärst du der Erste mit dem... Alter, ich habe diese Mini-Scheißer bei mir. Funk ist der Erste, der stirbt bei uns. Und ich habe kein Schwert in der Hand, das ist viel schlimmer. Ihr kleinen Scheißer hier. Kommt mal mit. Alter, diese kleinen Drecksdinger. Wo kamen die jetzt her? Vor allem brennen, aber krepieren nicht, ne? Das ist ja das Richtige schon. Doch, jetzt sind sie... Alter. Ja, Rottenflash. Alter, diese kleinen Scheißdinger. Ach, deshalb konnte ich die nicht kaputt machen, weil mein Schwert kaputt gegangen ist. Ja, oder Inventory-Tweaks zieht er halt das Neue nicht nach. Das ist ein bisschen, ne? Ja, das kann auch sein. Ich weiß ja nicht mal, ob Inventory-Tweaks überhaupt funktioniert hier. Das ist ja das Problem. Ich habe ja diese Maus-Dings zumindest drauf. Aber Inventory-Tweaks wäre schon geil. So, ich mache mir erst mal Essen, weil die haben mich jetzt richtig Energie gekostet. Aber ich habe keine Ahnung, wo die hergekommen sind. Und das ist doch schon ausgeleuchtet hier alles. Oder muss ich das noch besser ausleuchten? Huch. Hm. Muss ich mir mal eine Aufnahme angucken, wo die jetzt herkamen. Obsidian-Farmen, es gibt nichts spannenderes. Obsidian-Farmen ist doch spannend. Ja, total. Die brauchen ja nicht 20 Schläge. Wie gerne ich dir jetzt zugucken würde, wenn ich die Zeit dazu hätte. Boah, ich sollte hier erst mal ausleuchten. Das ist nicht gut, was ich hier mache. Na, hier habe ich meine Dias gefunden. So. Und gleich noch ein bisschen verschönern. Und dann gehen wir mal eben zum Kirby rüber und gucken mal, der da vor sich hin baut. Gebaut habe ich noch nicht wirklich viel. Ja, ich auch noch nicht viel. Ich habe mehr Fußböden gebaut hier. Na, äh, bei mir steht nur noch das improvisierte Haus bis jetzt, ne? Da steht noch nichts. Aber bei mir ist auch alles. Und es ist nicht mal viel hier, was ich hier baut. Ich hätte hier aber gerne... Das sieht zwar scheiße aus, weil das dann asymmetrisch ist, aber ist mir egal. Ich möchte eine Doppeltür hier haben. Aber ich brauche ja eigentlich gar keine Tür einbauen. Kann ich eigentlich als Durchgang noch nur. Weil hier sollte jetzt eigentlich nichts mehr spawnen. Eigentlich. Du kannst halt auch überall einfach diese Slabs hinbauen, ne? Das weißt du. Mhm. Weil bei Slabs spawnen die Monster ja auch nicht drauf. Oder auf Slabs spawnen die Monster ja auch nicht. Aber ich denke mal, das war einfach nur zu dunkel gerade hier. So, noch gucken, wie ich das mit den Fackeln genau mache. Weil irgendwie möchte ich es schonen, dass es ein bisschen gut aussieht. Aber irgendwie kriegst du es auch kaum hin. Ich müsste hier zum Beispiel eine doppelte Wand ziehen. Oder ich hänge die einfach unter der Decke da. So schwupp, schwupp. Wie weg, weg. Sieht immer noch scheiße aus. Aber ist egal. Warte mal, hier machen wir das so. Ja, doch. Geht, 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 geht. Konnte man hier... Achso, die Treppen kannst du ja hier schon drehen, ne? Wie drehen? Ja, das ist schon gut. Immer drehen. Oder meinst du auf den Kopf setzen? Auf den Kopf setzen, genau. Ja, ja, das ging mir. Ich überlege gerade, ob man das so lassen kann. Aber ich denke mal, ja. Ach, hier ist auch noch eine Spielzirke von mir. Super. Richtig geil. Die haben mich ja richtig zerlegt. Hier ist fast was anderes gesagt. Hab ich noch Fleisch hier. Hammelfleisch habe ich noch. Sehr gut. Also da wird es erstmal nach Curry rüber gehen. Lass ich erstmal alles hier. Schmeiß noch Essen rein. Aber ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge.